Musik Hey yo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Bros. Wanda. Im letzten Part haben wir die Güldenfälle abgeschlossen und heute werden wir erstmal auf den Blüteninser weiter machen. Anfangen, dann tun wir mit der Hülle der Juwelenblöcke. Und wir werden zum... Alter, boah, die ist ja geil. Oh no. Okay. Der kriegt uns nicht. Let's go. Digga, es kann doch nicht wahr sein. Kriege ich es irgendwann nochmal, um einfach groß zu bleiben für den Bohrer. Da haben wir den Bohrer. Den Bohrerpilz. Wir bohren uns jetzt mal nach hier unten, um das hier freizubohren und durch die Röhre zu gehen. Wo kommen wir da hin? Wahrscheinlich in einem anderen Untergrund, ne? Let's go! Woohoo! Okay. Ich mag die Bohrerfähigkeit. Die ist voll cool. Okay. Bruder, du bist ja dumm, doch. Wir machen erstmal das Level zu Ende, glaube ich. Okay, let's go. Oh, komm, 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 komm. Okay, let's go. Oh mein Gott, war das knapp. Genau, so wandern. Jawohl. Ja, aber hier gibt's nur Münzen. So, let's go. Und damit hätten wir beide Wundersamen, äh, zwei von drei Zehnermünzen. Und die letzte Sammen jetzt noch aus einen. So, und damit hätten wir auch den Typen dazu gebracht von unten nach oben, ne? So soll's gemacht werden. So, okay. Und dann klettern wir hier nach oben. Da war hinter meiner Cam nix. So, und... Ich glaub, ganz easy wird... Ah, ne. Okay, wir müssen's selber sogar einsammeln. Ja, okay. Wir können auf jeden Fall wieder mal, äh, in, äh, einen Laden reingehen. So, nachholen wir uns einen Wunder Seat. Gehen wir hier lang zu der wolkenlosen Wüste. Diese wolkenlose Wüste ist trocken und... Wie ist dich? Ich brauche das ganze Wasser unbedingt für mich selbst. Sollen die... Sollen die anderen doch Durst haben? Aber ich jedenfalls nicht. Wie ist denn überhaupt hier? Alter, so ein Tempel. Oha. Wolkenlose Wüste. Hier vorne ist wieder ein Popplenhaus. Oh, Prinz Florian. Ich kann dir nicht mal ein Glas Wasser anbeten. Dieser Wüstling hat sich hier in der wolkenlosen Wüste breitgemacht und fast jeden Tropfen Wasser gestohlen. Bitte, du musst uns helfen. Bitte bring uns das Wasser zurück. Und wenn es dir nützlich sein kann, nimm diesen Wundersamen. Welch üble Lage. Schnell, wir müssen uns zum Palast und das in Ordnung bringen, bevor alle Popplers in der Wüste verwelken. Das ist wieder ein Rätsel. Okay, können wir kurz machen. Wenn wir nicht so viel, äh, ja, Zeit dadurch verbrauchen. Kann ich jetzt auch nicht genau sagen. So, wir können aber hier dran ziehen. Und dann gibt's da... So, ah, durch den blauen Tod können wir hier, äh, so unsichtbare Blöcke herbeirufen, die uns dann hier diesen, äh, Sticker geben. Okay. Ähm. Oh, hier gibt's die erste. Okay. Jawohl. Und hier ist sogar was. Wow. 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 Äh, was bringt uns das denn jetzt hier? Nee, nee, oder? Oh, Moons. Hab ich ne Kugel vor mir oder woher soll ich das wissen? Was? Hä? Was? Das ist, das ist so dumm. Ich komm da auch nicht klar. Zwei-Stufen-Sprung. Stimme mehrere Springen in Folge aufeinander ab. Wenn dein Timing stimmt, kannst du höher springen als normal. Sogar auf Sand. Okay. Das ist also quasi so ein... So ein Dreifach-Sprung so, aber halt zwei. Okay, endlich. Zum Glück. Gibt's den auch. Jawohl. Oder was ist das denn? Hier ist ne Röhre zu Captain Troth wahrscheinlich, oder? Jawohl. Diese Röhren. Was war immer, die mit uns zu besuchen? Finden die nicht? Auf der Suche nach Schätzen bin ich in einer Röhre gesprungen und dann aus einem Tier gelandet. Schon komisch, dass die Röhre aus der verschiedenen Röhre mit er verbindet. Seht ihr das? Tja, da hab ich ganz in den Röhre geschaut. Jetzt habe ich bloß bestimmt mehr gefragt, weil ich reich gesprungen bin. Egal. Jedenfalls habe ich hier 50 Blumenzen gewonnen. Die können wir haben. Für euer Abenteuer. Hier, bitteschön. Danke dir, Meister. Uh, die falsche Mütze 2. So. Let's go. Oh mein Gott. Sinken wir schnell ab. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Let's go. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Oh nein, nein, nein. Da war was. Ein LOL. Warte mal. Oh, ich hoffe, da habe ich nichts verpasst. Ja, ja, ich halte durch. Alles gut. Oh nein, nein. Oh yes, sir. Let's go. Das ist doch nicht jetzt. Das ist doch jetzt nicht wahr. Das ist so dumm. Ich habe das nur noch knapp bekommen, obwohl ich so in einer guten Linie war. Zug um Zug im Wüstensand. Okay, wir können gar nicht ganz weit rausziehen. Wir müssen das sogar nur so. Zeitzeit bedingt machen, so. Uh. Oha. Voll smart. Okay, und Untergrundmusik. Oh, die sind auch wieder da, diese Vögel. Die haben wir zuletzt im Böckchen-Gebügel, glaube ich, gesehen, ne? Okay, was ist hier? Ui. Hier schützen wir uns vor diesen Gegnern. Der war schnell ausgezogen. Wir gehen mal nach oben, weil da ist ja noch was zum Ausziehen. So ein Gerät. So ein Gerät. Aha. Richtig, ne? Seenermünze. Uh. Und die Wunderblume, die wir schon vermisst haben. Äh. Was? Was ist jetzt los? Warte mal, was? Okay. Warte mal. Was ist mit dem Wundersamen los? Ja. Ja. Nein. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das denn jetzt? Bohrer. Ui. Na, nein, nein. Nee. Jetzt nicht mehr rausfallen. Okay, und da haben wir auch den Wundersamen eingesammelt. Wie nicht immer alles neu ist, ähm, aber so das meiste und vor allem dann der Rest, der noch, der nicht mehr neu ist, äh, halt so. So teilweise Neues, immer noch so neue Positionen. Und es ist auch nicht echt viel, was da an alten Zeug wiederverwendet wird. Also das ist ultra geil. Ich liebe das Spiel. Habe ich ja schon oft gesagt, aber ich liebe das Spiel. Ich hoffe, es hat euch aber auch gefallen. Wenn es getan hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Äh, abonniere diesen Kanal, um kein äußeres Video mehr zu verpassen. Viel Spaß noch. Äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann und... Bye-bye! 9147 Kenos.